Ein kleiner Kreis. Jawoll, boah. Letzte Sekunde, der Hammer wäre fast gekommen. So, was jetzt? Ah, oh, oh shit. Ha, da würde ich sagen, drehen wir mal kräftig dran. Schön, dass er seinen Arm für uns auch noch dreht. Y, komm schon, halt. Oh, Y, meine Güte. Der will sich nicht mehr drehen lassen. Ich stehe da vor, drück Y, passiert nichts. Ich habe das irgendwie häufiger die letzte Zeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, drück schneller, drück schneller. Oh, drück. Ich glaube, das reicht nicht. Ja, ich hasse hier den Schaden. Ei, 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 ei. Die werden erschwert. Nee, du kommst nicht mit dem Bohrer. Dreh dich. Ja, der kommt wieder. Komm schon, mach deinen Strahl. Der hat nichts gemacht. Für Christi erst mal ein paar. Nee, jetzt macht er seine Scheiße. Und ist auch noch ein Ball. Ja, super. Egal, wieder alle eingesammelt. Der macht das nochmal. Wie nochmal? Nö. Diesmal nicht. Komm schon, dreh das Ding kaputt. So, gleich besiegt mein Bossgegner heute. Einfach drehen. Bis er nicht mehr kann. Na, aber sowas von. Oh Gott, wenn ich es hin kriege. Ich kriege die Hand nicht mehr hin. Nein. In letzter Sekunde. Oh mein Gott. Der ist aber nicht ganz besiegt. Ich finde das lustig, wie mein Team aus Polizisten besteht und nicht wirklich aus Superhelden im Moment. Okay. Naja. Ich würde mal lustigerweise sagen. Ich spiele jetzt ein bisschen leise für mich. Kann ich es irgendwie lauter drehen? Ja. Ja. Das macht noch meinen Geschmack. Nee, oh. Speichern. Mies. Zwei, zack, zurück. Yep. Go, go, go. Oh, fuck. Die ganze Stadtbrüche auseinander. Invasoren. Tico. Artillerie. Ganz gefährlich. Okay, ich brauche mehr Leute. Wo bist du? Wo bist du da? Noch nicht alle. Okay. Immer nur einer. Batterien. Und so. Boah, die Viecher gehen gar nicht. Ich würde sagen, riesiges Schwert dürfte die wegputzen. So. What the hell? Ich habe keine Ahnung, wann die Nahrtacke machen. So. Sag ja, man sieht das gar nicht. Ich kann in das Ding einsteigen. Ah, zu spät. Der Feinstrom wird nicht abreißen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, my God. Bob von Tekken ist da. Oh, ha, ha. Ha. Good night, let's go! Adieu! Ha. Ha. Wanda Green. Noch ein Haupt-Superhallen, ha? Ha, Wanda Blue. Oh, pardon, you are the leader of this admiration? You seem, uh, unfamiliar. Have we met before? Tee in Versailles, perhaps? Dude's only been on the team for a month. Sacré vert, novice. You may address me as Monsieur Wanda Green. Have you no respect for etiquette? La Hirasi? I... I'm sorry. I will have you know I am no simple child. Tell me now. What scores did you receive on your tactical examination? Uh, I'm pretty sure it was 100 on the written. 98 on the field. 98 on the field. Ehem? Ehem! Etra åpile! But exams are exams... Real world experience! Skills! Oh I'm in battle. These are what count, my dear, Wanda Rouge! Roger! Good to have you on the team, Master Wanda Green. Na, but, so was von. Ich steige nein! Ich kann sogar hoch und runter fliegen. Ich weiß aber nicht, was gerade abgeht. Scheiß auf die Viecher. Oh, die Pistole ist mal übelstark. Schwert noch zur Verteidigung. Ich denke, wir haben es. Oha. Was ist denn nicht so ein Mistviech? Komm schon, ich brauche mal ein Schwert. Tausend. Und wir müssen rüber. Boah, der geht ab, der geht ab, der geht ab. Dickerchen geht ab. Mit der Pistole können wir... Wow, da muss ich nicht mehr verarbeiten. Pistole. Und jetzt? Mit der Unite-Pistole aufnehmen. Aber wie mache ich das? So ein riesiger Pudding. Berühmt habe ich das Ding auch nicht. Ah, einfach gegenlaufen. Boom, okay. Löpp, weg damit. Die werden hin und her geowned. Aber die leben noch. Boah, viele Treffer noch. Shit, ich laufe da voll gegen. Pistole war nicht mehr draußen. Oh, ich habe meine Hälfte meines Teams gehauen. Oh. Oh. Okay, ich denke, wir müssen weiter vorrücken. Komm mal los. Jetzt nichts. Und weiter raus. Oh. Oh, hier will ich die Pistole haben. Boah, wie riesig das Ding ist. Aha. Nein, so ein Treffer sitzt denn so außer Gefecht. Aha. Immer schön bei mir bleiben. Dann kriegt ihr... Und hier eine rein. Oh, da ist die... Oh. Komm schon, mach das Ding platt. Die Waffe wieder auf. Das ist echt zum Kotzen. Ah, ich habe die Waffe, glaube ich, noch. Ja. Das sind wir uns eine riesige Pistole. Oh, ich will die noch größer haben. Okay, anscheinend nicht. Boah, schon kaputt. Boah, die Pistole ist ja mal ultra stark. So, da haben wir das Ding. Das sieht aus wie ein Nintendo-Scope. Yeah. Na, nehmen wir das Ding mit. Oder auch nicht. Help me. Na, boah. Vielleicht werden uns die ganzen Schülern-Zivilisten, die super halten. Gehe ich mal stark von... Oh, zwei von denen. Pistole. Ja, ich werde getroffen, weil ich das Schwert nicht hatte. Ich habe gedacht, es reicht, wenn die anderen ein Schwert haben. Okay, Schwert und die anderen die Pistole. Okay, super hält, muss man auch mal Schläge einstecken können. Jawohl. Oh, wo bleibt meine Pistole zum Teufel nochmal? Neu von mir. Nö. Irgendwie machen die nur einen Schuss und das war's. Da will ich über die Pistole. Hat im letzten Augenblick. Oh, das war eine Kugel. Verschätzt. Jetzt weg. Krieg's mit deiner eigenen Faustlein rein. Schwert nur dazu. Geht doch. Perfektor. Perfektor. Wof'hin mit dem Teil. Wenn ich den nächsten Böse will ich den nicht fresse. Aha. Öffne ich denn das Ding? Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's.